prasarita hastabhujangasana die kopra mit ausgebreiteten händen ist die bezeichnung für zwei asanas zum einen du streckst die arme nach vorne aus und hebst die arme kopf und brustkorb hoch hier wird sehr anstrengend oder du gibst die arme zur seite und hebst den brustkorb hoch hier ist es etwas weniger anstrengend und du entwickelst aber auch die muskeln zwischen den schulterblättern diese stellung kann dir auch so das gefühl geben zu fliegen eine ähnliche position ist ja auch superman beim fliegen obgleich er dort eher die arme vorne hat oder auch nur einen arm formen wenn ich mich noch richtig erinnere